Der Traum vom Trippel zum Abschied. Er könnte für Pep Guardiola und die Bayern eine unschöne Wendung bekommen. Es droht das negative Trippel. Das dritte Aus im Champions-League-Halbfinale gegen eine spanische Mannschaft in Folge. Stolperstein in diesem Jahr Atletico. Das Hinspiel in Madrid verloren die Bayern 0 zu 1. Ich bin zufrieden mit unserer Leistung. Es ist nicht einfach, ich komme hier im Halbfinale der Champions League. Und ich spiele die letzten 520 Minuten in der ersten Halbzeit und vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich kriege genug Toreschancen, wenn die ein Tor schießen. Das Game ist nicht gut. Zur Verwunderung vieler hatte Guardiola auf Thomas Müller und auch auf Franck Ribéry in der Startelf verzichtet. Vor allem die Nichtberücksichtigung von Müller überraschte viele, auch den Weltmeister selbst. Ich war nicht eingeweiht, aber ich versuchte professionell damit umzugehen. Aber grundsätzlich glücklich ist man nicht. Aber wie ich schon gesagt habe, es ist auch wichtig zu realisieren, was wichtig ist in der Mannschaft. Und wenn jeder, wenn er nicht spielt, gleich ausflippen würde, dann könnte man die ganze Saison vergessen. Ohne Müller in der Startelf kamen die Bayern vor der hitzigen Atmosphäre im Vicente Calderon schwach ins Spiel und kassierten bereits nach elf Minuten das Gegentor. Eine feine Einzelleistung von Saul Niguez. Nach der Pause erhöhte der Rekordmeister dann den Druck. Das Spiel fand ausnahmslos in der Hälfte von Atletico statt. Die beste Chance vergab David Alaba. Er traf aus der Distanz die Latte. Ja, schade. Ein bisschen mehr Glück, dann wäre er vielleicht reingegangen. Aber es ist heute leider nicht so gewesen. Und ja, schade. Es ist schade, dass man mit dem 1-0 nach Hause fährt, weil man es eigentlich verdient hatte, ja mindestens mit dem 1-1 nach Hause zu fahren. Der Traum vom Finale in San Siro in Mailand ist erst einmal in weite Ferne gerückt. Doch zur Mitternachtsstunde wandelte sich beim Münchner Bankett der Frust in Trotz. Ich möchte nach Mailand. Ich glaube, alle hier haben wir heute einen Stein, ohne Frage, in den Weg gelegt. Aber ich glaube, es gibt eine gute Gelegenheit, am nächsten Dienstag in München diesen Stein auch wieder aus dem Weg zu holen. Doch dafür muss Pep Guardiola die richtige Aufstellung finden. Ansonsten würde der Spanier die Bayern ohne das ersehnte Triple und trotz aller nationaler Titel als Unvollendeter verlassen.